Mit Mut und Ehre standen wir dem Feind gegenüber und stellten unsere Herzen für den bevorstehenden Kampf. Unser Glaube in unsere Brüder war ungebrochen. So standen wir bereit, um den Feind mit Bolter und Kettenschwert zu vernichten. Unser Glaube in unsere Brüder war ungebrochen. Die Aussicht auf unsere Zerstörung trieb sie voran. Doch die Kriege der Ultramarines kennen keine Furcht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017